Ja Leute, noch ist Weihnachten da, noch steht der Weihnachtsmarkt. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal verschiedene Köder an, die es jetzt neu gibt. Ich habe in den letzten Tagen über 10.000 Silber ausgegeben für neue Köder und wir gucken einfach mal rein, was sich da so richtig lohnt. Also wir haben natürlich hier im Weihnachtsmarkt auch schon die neuen Köder. Wer sie noch nicht hat, gerade hier im Spinner-Bereich, das lohnt sich. Aber natürlich auch hier die Blinker, also da kann man natürlich mal zuschlagen. Auch wenn man da nicht sofort irgendwie alle verwendet und sofort sämtliche Haken vielleicht nochmal verbessert und austauscht, kann man sie sich vielleicht schon mal gönnen und wenn man dann vielleicht später in ein paar Wochen die Köder mal wieder braucht oder weil gerade mal wieder ein Köder oder eine Farbe aktuell ist, dann kann man auf diese natürlich auch gut zugreifen. Ich habe einige gekauft, die halt jetzt neu sind und von diesen eben auch schon wieder verschiedene getestet und ich muss sagen, die, die am besten funktionieren, und ich gehe mal kurz ins Inventar, X und Y, nee, X und Minus, genau, dann sieht man die alle. Dann haben wir hier nämlich schön diese Übersicht von den Ködern. Und das sind gar nicht alle, fällt mir gerade auf, denn die ganzen Spinner fehlen auch noch. Aber was ich schon mal geholt habe, fangen wir mal oben an, diese kleinen Minus im 2-Gramm-Gewichtsbereich, also das ist natürlich auch richtig geil fürs Angeln am Belaya. Auch schon rumprobiert mit denen ein wenig. Allerdings muss ich bei denen auch Stück für Stück nochmal die Haken vielleicht austauschen, vielleicht dann doch lieber nochmal gerade fürs Angeln am Belaya die Puschelhaken dran machen, die roten, damit das dann auch lübt. Dann haben wir hier auch nochmal sehr kleine 3 Gramm 50 Zentimeter Tauchtiefe. Auch die kann ich mir super vorstellen fürs Angeln am Belaya. Das ist ja auch alles nicht so wirklich groß. Oder eben, ja, vielleicht sogar auch auf Arland oder so, oder Schleppen am Kuori. Das werde ich alles in den nächsten Tagen noch weiter testen. Hier im 7-Gramm-Bereich sind wir dann definitiv eher im Bereich des Kuoris unterwegs. Das wird mit Sicherheit auch nochmal richtig spannend. Vielleicht gehen davon auch einige sogar auf die Regenbogenforelle oder andersrum, die Regenbogenforelle auf diese Köder. Also diese Größe ist natürlich ideal. Und dann kommen wir hier mit den noch größeren, so langsam auch in den Bereich von den Hechtködern. Ich sag mal, auch hier schon 7,5 Grammer, 6 Zentimeter groß. Das kann man bestimmt auch ganz gut schon testen, ob das nicht auf Hecht funktioniert, gerade mit dieser Tauchtiefe von 80 Zentimetern. Und bei diesen hier, X-Shad zum Beispiel, die klappen auch jetzt gerade schon ganz gut am, und ich sehe gerade, mir fehlen noch schon welche, die sind auch von den Routen drauf, klappen jetzt auch schon ganz gut am Ladoga Archipel. Und auch so am Ladoga, beziehungsweise auch hier, wo ich gerade bin, am Volcho für die Lachse. Ich war gestern Abend nochmal ein bisschen schleppen. Bin hier also ganz klassisch hier oben lang geschleppt. Dann auch hier unten mal lang und bis hier hoch durchs 6,5. Und es sind tatsächlich Lachse reingegangen. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass die Lachse vielleicht auch in der Nacht reingehen, zumindest der Ladoga Lachs. Aber leider nein. Auch hier in der Nacht dann leider keiner reingegangen. Das heißt, das Schleppen ist auch hier am Volcho immer noch so ein bisschen schwierig. Was gut funktioniert hat, ich gucke gerade mal, ob ich die Routen dabei habe. Hab ich dabei. Was gut funktioniert hat, war allerdings auch der Snatcher, auch übrigens, also hier der 0,2er, auch übrigens am Archipel, hat das auch super funktioniert. Und am Volcho hier beim Schleppen eben auch. Also da kann man eben, wenn man eben noch nicht zum Archipel kann, vielleicht vom Level her, und man will aber trotzdem so ein paar Lachse vielleicht schon mal ziehen, ab Level 20, wenn man das passende Setup hat, kann man sich da natürlich auch hier mit so einem Köder hinstellen. Oder natürlich auch, ganz klassisch, gehen wir nochmal eben rein hier in die Cranks. Wann ist die Cranks? Es sind die Cranks, genau. Hier diese Serie. Also auch hiermit wurden schon diese neuen Lachse hier am Volcho gefangen. Zurzeit, wie gesagt, funktioniert Blau ganz gut, aber auch hier am Volcho wurde eben auch schon auf gelblich-grün wieder gefangen. Einfach mal ausprobieren. Ja, gehen wir nochmal kurz rein in den Shop und gucken uns die VIB, VIP, da sind sie, Vibra, die Vibra-Köder an, von der Firma Calmar. Also in der Suche immer ganz praktisch, VIB, V-I-B einfach irgendwie eingetippt. Vielleicht gibt es noch irgendwas Kürzeres, muss ich mal gucken. Ist halt für die Suche immer ganz praktisch, wenn man so viele Köder hat, dass man die schneller findet. Ja, die 4 Grammer, die 8 Grammer und die 13 Grammer. 8 und 13 Gramm werde ich noch am Yama testen, wobei ich denke, dass 13 Gramm da hervorragend eher geht. 8 Grammer eher, wenn man so am Kuori auch wieder unterwegs ist. 4 Grammer habe ich schon getestet, am Belaya natürlich und an der Tunguska, am Seitenarm. Gerade auch hier eher der Orangene. Funktioniert super. Ich finde ja auch, wie gesagt, so von der Färbung und allem, mega geil. Also echt schick gemacht. Oder auch dieser hier, sehr, sehr, sehr cool gemacht. Mit der Prägung und so drauf. Also das ist schon alles ganz schick kreiert und gemacht. Gelb hat irgendwie nicht so gut funktioniert, am Belaya bei mir. Hier sind dann klassisch auch wieder so ein bisschen eher die Barsche draufgegangen. und speziell bei dem hier und bei dem Orangenen, da waren dann eher Eschen und die Forellen drauf. Nichtsdestotrotz werde ich da natürlich auch nochmal ein bisschen weitere Spots testen. Vielleicht beim nächsten Wettangeln oder so, dass wir uns dann mal da verausgaben, auch mit verschiedensten neuen Ködern. Ja, wie gesagt, die hier dann eher für die etwas größeren Gewässer. Ähnliches gilt dann natürlich auch für die Spoons. Und da muss ich natürlich auch nochmal gucken, überall nochmal neu, die ganzen Haken nochmal austauschen. Das ist, ja, wird leider nochmal viel Kohle verschlingen. Da muss ich erstmal gucken, was ich mache. Spare ich mir jetzt erstmal nochmal was zusammen fürs große Set oder gehe ich jetzt nochmal voll rein in die Haken, warten was ab, je nachdem wie es die Tage läuft und wie viel Kohle reinkommt. Ja, schick gemacht. Ich finde, das passt alles echt gut. Die werde ich auch nochmal, die habe ich noch nicht getestet am Belaya, aber ich denke auch, das kann ganz gut funktionieren. Denn zum Beispiel auch diese Hunter Serie 3, die kann man ja auch am Belaya verwenden. Auch da eher etwas kleiner. Ähnliches dann auch hier wieder eher tendenziell. Kuori von der Größe her mit so 16 Gramm oder dann eben auch die ganz dicken Dinger für ein Yama. Yama. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch und das hatte ich tatsächlich auch schon gesehen, man kann natürlich auch mit diesem leichten, feinen Setup oder eben auch Spirulino auch am Archipel rumhantieren. Das werde ich jetzt demnächst nochmal rumprobieren. Einfach schön fein und zartes Setup und dann am Archipel mit den kleinen Ködern rumtesten. Jetzt gucken wir hier gerade nochmal rein. X- Da haben wir die ganzen Köder. Das sind die alle. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Also empfehlen. Ja, kann man die alle. Zur Zeit sehr gut sind die X-Chart. Also die sind wirklich ich sag mal Nummer 1 gerade. Wenn man jetzt nicht so viel Geld ausgeben will oder kann, dann vielleicht erstmal den Fokus da drauf legen. Die anderen Kandidaten hier werde ich Stück für Stück auch noch weiter testen. Speziell natürlich auch hier unten die Topwater. Da freue ich mich ja auch drüber. Endlich wieder schöne, große neue Topwater. Schön mit den Farben. Mega geil gemacht. Zum Teil wirken die halt wirklich so fast fluoreszierend. Als ob die halt wirklich leuchten würden im Dunkeln. Auf jeden Fall nochmal testen, ob das so ist. Das wird auf jeden Fall nochmal richtig spannend. Ja, und dann wie gesagt gucken wir gerade nochmal bei den anderen, bei den Spinnern und Co. Genau, da waren jetzt hier die Kalmar und dann sind wir hier bei den Spoons und ich glaube damit sind wir dann durch. Fast sind wir nicht, denn es kommen ja noch die Gummis aller. Ha! Auch noch nicht viel getestet, nur ein wenig. Hier haben wir die Topwater. Keine neuen Jerks. Aber jetzt kommen wir natürlich nochmal zu einem Bereich, der auch mega geil ist. Auch hier habe ich komplett zugeschlagen. Sämtliche Größen, sämtliche Formen und Farben alles schon mitgenommen. Und was sieht man als erstes? Was, mit welchen Ködern wurde gefangen? Ja, ich glaube einer von diesen war mit drin. Aber natürlich auch die Standards, die halt immer noch richtig gut funktionieren. denn an dem Archipel gibt es natürlich auch verschiedene Stellen, die man super eben mit Vakirig beangeln kann. Und das muss man dann natürlich auch nicht zwingend nur vom Boot aus machen. Einfach da in diesem 9 Meter Bereich, direkt am Anleger zum Beispiel, da kommt man auch richtig gut hin, auf Ränken und Co. Aber natürlich auch auf viel Kleinkram, wie zum Beispiel Rotauge, Giebel und was nicht alles. Das ist da auch schon reingegangen. Ja, die Dinger, super spannend. Auch das wird natürlich noch ein bisschen Zeit brauchen, bis man die komplett durch hat. Vakirig ist ja tendenziell auch eher ein bisschen was schon eben fürs Mid-Level und End-Level sozusagen, Endgame-Angeln, dass man hier quasi versucht, in der Regel eben auch auf Ultralight, hier ganz fein die kleinen Brocken irgendwie zu überlisten und hier so eine Art Wurm zu imitieren. Wilde Würmer auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt so ein kurzer Überblick gewesen zu den Kunstködern. Gar nicht so wichtig, dass man sich halt alles kauft. Ich habe es natürlich einfach geholt, damit ich alles zur Verfügung habe und alles auch testen kann. Wie gesagt, primär im Moment würde ich sagen, sind die Spinner. Also hier oben die Spinner, na, da sind die Spoons, da ist es, hier sind sie von Calmar, 4 Gramm Spinner. Ich glaube, damit macht man nichts verkehrt, wenn man da reingeht. Ich habe sie tatsächlich ohne, also original so verwendet, ohne Puschelhaken. Also das waren quasi jetzt die Original und auch damit hat es Ambilar ja schon funktioniert. Ein paar Würfe gemacht und sofort zack, 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 jedes Mal auch ein Biss. das Funst. Ja, als nächstes natürlich dann für die, die halt schon ein bisschen mehr Kohle machen, die Spoons und wenn man sich das erstmal noch sparen will, auf jeden Fall als erstes hier in die Shards mit rein. Wobei auch die Deep Minos haben auch funktioniert. Also für mich gerade Farbe Nummer 1 halt eher so im bläulichen Bereich. Das lüpt gerade ganz gut. So, das war es. Kurzer Überblick zu den ganzen neuen Ködern. Was sich gerade lohnt, was aktuell ist. Ansonsten natürlich immer in die wöchentlichen Rekorde gucken. Von Woche zu Woche ändern sich die Köder, ändern sich die Farben. Petri erlümmelt, zieht raus die Brocken und bis zum nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.